Da vorne ist Winkel und oben ist der Iselpass, der Iselberg. Nach Tirol rüber. Das ist das Astental. Das sieht man ja schon oft zum Glocknerblick. Ein Zürbenherr. Das da drüben ist die Schobergruppe. Und da liegt ja immer noch Schnee. In dem Winkel. Da wird vermutlich ein kleiner Gletscher liegen. Halt noch. Da liegen Seiler. Ach, da geht eine Straße rum. Die geht da rüber. Ach, das könnte die Aschner Höhe sein. Da oben. Da oben. Da oben. Untertitelung des ZDF, 2020